Kritiker der Bibel sagen, an was für einen Gott glaubt ihr Christen da eigentlich, der sogar Abraham dazu aufgefordert hat, sein eigenes Kind zu töten. Also jemand, der Kindesmord befürwortet oder das irgendwie herausfordert. Ja, das ist doch abartig, daran zu glauben. Und das ist so ein Kritikpunkt, der halt da in Bezug auf diese Erlebnisse von Abraham und Isaac oft gebraucht wird. So als Vorwurf. Und da denkt man erstmal, wenn man jetzt das so hört, ja, ist ja auch krass, diese Geschichte von Abraham und Isaac. Und deswegen wollen wir uns heute mal der Thematik so ein bisschen widmen. Also der Frage, hat Gott Abraham zum Kindsmord aufgerufen? Wollte er, dass Isaac stirbt? Wie ist der Bibelbericht zu verstehen? Und warum ist es so wichtig, immer den Kontext zu beachten? Zu schauen, ja, was ist denn davor passiert? So diese Hyperlinks in der Bibel, also Dinge, die da verlinkt sind, gut zu beachten, da genau hinzuschauen. Und auch nachzuschauen, wie bestimmte Wörter zu verstehen sind. Da wollen wir heute mal so abtauchen. Ich möchte dich da mal mitnehmen in Dinge, die ich dazu recherchiert habe, versucht habe rauszufinden, was es da für Erklärungen gibt. Ja, und damit erstmal herzlich willkommen hier beim Kanal Faith.Science. Ich bin der Jascha Schmitz. Und wenn du den Kanal noch nicht kennst, hier sind wir unterwegs gemeinsam, um dir und mir zu helfen, besser zu lernen, eigene Schlüsse zu ziehen. Also sei es jetzt im Bereich Glauben, Theologie, Bibellesen, wenn wir da halt lernen, einfach Dinge zu hinterfragen. Oder wenn es um Wissenschaft geht, Weltanschauung, Geschichte, was auch immer. Aber heute geht es eben speziell um dieses Thema, diese Thematik. Einen Vorwurf, der erstmal berechtigt klingt. Und das ist auch ein bisschen aufgrund von Kommentaren, die unter den Videos waren. Ich sammle ja immer so ein bisschen Ideen für neue Videos, für Themen, die die Zuschauer hier beschäftigen. Und da dachte ich mir, heute nehmen wir uns das Thema mal vor, greifen das mal auf, so zur Verteidigung der Bibel, zur Verteidigung Gottes. Was findet man da für Argumente? Oder ist das doch irgendwie eine ganz schräge Geschichte, die gar keinen Sinn ergibt? Das gucken wir uns jetzt genauer an. Ja, und da bist du herzlich eingeladen, das auch alles zu prüfen, was ich hier dir weitergebe. Vielleicht gibt es auch noch andere Sichtweisen, Blickwinkel. Also dann immer gerne in die Kommentare damit. Und wenn du die Dinge anders verstehst, das, was ich hier präsentiere, ist jetzt auch nicht die endgültige Wahrheit, ganz klar. Also da ist einfach auch Forschung für jeden persönlich angesagt. Und jeder muss zu seiner eigenen Schlussfolgerung kommen. Genau, wir wollen uns hier einfach nur Punkte anschauen, die vielleicht die ganze Sache aufklären. Und damit, ups, das wollte ich jetzt nicht. Was wollte ich machen? Ich wollte ja eigentlich zu dem anderen Bildschirm. So, und zwar zu meinen Notizen. Und hier auf der rechten Seite ist dann auch die Bibel, wie du das vielleicht schon kennst, wenn du hier schon öfters warst in den Videos. Ich mache die auch direkt mal wieder hier ein bisschen größer, wie immer. So, und hier auf der linken Seite sind meine gesammelten Notizen. Und da arbeiten wir uns jetzt mal durch. Und was wir uns nämlich als erstes mal anschauen. Ich habe ja einleitend gesagt, wichtig ist immer, ach, wichtig ist übrigens auch Licht anzumachen. Ich habe ja gar nicht an hier. Mensch, Beleuchtung, Herr Schmitz. So, machen wir das nochmal eben. Dann versinke ich hier nicht ganz im Dunkeln. So, ist vielleicht etwas besser. So, also. Was wollen wir uns angucken? Zusammenhang. Was ist denn passiert vor dieser Situation, bevor Abraham diesen Auftrag bekommen hat, mit Isaac da auf den Berg zu gehen, ihn als Brandopfer darzubringen? So gesehen. Was war davor passiert? Also Abraham, das hatten wir in einem der letzten Videos mal, eigentlich ganz besonderer Mensch, ganz besondere Situation, weil es gab diese Rebellionen, die im Bibelbericht beschrieben werden. Auch die vom Turmbau zu Babel, wo da halt die Bibel eigentlich beschreibt, dass die Nationen zersplittert wurden und unter die Herrschaft von Geistwesen kamen. Und damals, als diese Aufteilung war, hat dann eben Yahweh, Gott Israels, Gott hat dann gesagt, ich möchte dich, Abraham, nehmen und aus dir mache ich ein Volk und mit diesem Volk arbeite ich jetzt erstmal, um das ganze Schlamassel nach und nach rückgängig zu machen, was in der Menschheitsgeschichte bis jetzt da ist. Also das war der Gedanke. Abraham bekam dieses Versprechen, dass durch seinen Nachkommen die ganzen Nationen der Erde, dass die im Grunde genommen gesegnet werden. Also dass Abraham dieses besondere Vorrecht bekäme, bei den ganzen zersplitterten Nationen, dass er der ist, mit dem Gott jetzt arbeiten möchte und mit seinen Nachfahren. Ja, dumm war nur, dass der Abraham, das finden wir nämlich in Genesis Kapitel 12, da ist so dieses erste Versprechen, Vers 14 bis 18. Das heißt da, nein, da habe ich mir direkt was Falsches verlinkt. Genau, in Genesis Kapitel 15, also in diese Versprechen, Genesis Kapitel 15, Vers 4. Aber das Wort des Herrn erging an ihn, dieser soll nicht dein Erbe sein, sondern der aus deinem Leib hervorgehen wird, soll dein Erbe sein. Was ist denn da passiert? Also der Abraham hatte dieses Versprechen bekommen, aus seinem Nachfahren werden alle Nationen irgendwann gesegnet. Dann hat Abraham und Sarah gemerkt, Mensch, wir kriegen keine Kinder. Ja, dann funktioniert die ganze Sache ja nicht. Was machen wir dann? Und dann haben die sozusagen ihr eigenes Ding durchgezogen und die Sarah hat dann gesagt, ja, dann nimm doch hier meine Sklavin und dann kannst du mit der doch ein Kind zeugen, damit sich dieses Versprechen irgendwie erfüllt. Also anstatt ihren Schöpfer nochmal nachzufragen, so gesehen, Gott nochmal zu fragen, was soll man machen, wir kriegen keine Kinder, haben die so ihr eigenes Ding durchgezogen und daraus kam der Ismael. Also Ismael existierte sozusagen als Sohn Abrahams aufgrund der Tatsache, dass sie ihre eigene Lösung gesucht haben. Das war jetzt nicht der beste Glaubensbeweis, den sie da hatten. Sie hätten da eher nochmal Rücksprache halten sollen. Und das Ganze führte auch eher nur zu Problemen. Und tatsächlich gab es eben diese Situation hier, wo Yahweh mit Abraham nochmal gesprochen hat und Ismael eben schon da war. Und der Abraham eigentlich gesagt hat, ja Mensch, man könnte doch jetzt auch den Ismael nehmen. Das ist sogar in Kapitel 16 noch deutlicher. Ich springe mal ganz kurz Kapitel 16, stimmt das? Und mit Abraham. Naja, auf jeden Fall haben wir eine Situation, das habe ich mir jetzt natürlich nicht verlinkt, fängt ja gut an. Doch hier, also Kapitel 17 Vers 16, da ist das. Da spricht Yahweh zu Abraham, da fiel Abraham auf sein Angesicht und lachte und sprach in seinem Herzen, soll ein 100-Jähriger ein Kind geboren werden? Und Sarah, die 90-Jährige soll gebären. Und Abraham sprach zu Gott, ach, dass Ismael vor dir leben möchte. Also Abraham sagt jetzt hierzu, ja wie so, Mensch, ich habe doch jetzt einen Sohn, ich habe doch den Ismael. Nimm den doch für dieses Versprechen, für die Arbeit mit uns als Volk. Kann doch Ismael sein. Vers 19, da sprach Gott, nein, sondern Sarah, deine Frau soll dir einen Sohn gebären, den du Isaac nennen sollst. Und so weiter. Denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten, als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm. Also gut, es gab aber jetzt diesen Ismael, der, wie gesagt, aufgrund eines Glaubensmangels im Grunde genommen dann in die Familie hineintrat. Also Sohn dieser Sklavin Hager. Und ja, dann kommt es zu einer Situation im Kapitel 21. Da ist das, genau. Da wird im Vers 9 gesagt, da beobachtet die Sarah die Hager, ägyptische Magd, und sieht, dass der Ismael, hier wird gesagt, Mutwillentrieb. Da ist nicht ganz klar, was damit gemeint ist. Also da habe ich verschiedene Bibel- oder Theologen mir zu angeguckt. Das geht bis hin zu dem Punkt, also als später im Bibelbericht die Frau Potiphas behauptet, dass Josef sie vergewaltigt hat, ist das das gleiche Wort. Vergewaltigt ist das gleiche Wort wie hier, Mutwillentreiben. Kann aber auch einfach nur spielen sein. Nur irgendwas muss hier gewesen sein, dass die Sarah sagt, ey, das ist so schlimm, was hier gerade dieser Ismael macht. Ich möchte von meinem Mann, von Abraham, dass er die Sklavin wegschickt mit ihrem Sohn. Also das passiert hier. Also irgendeine Bedrohung Isaaks, was auch immer da stattgefunden hat, weil hier jetzt in diesem Kapitel mittlerweile der Isaak geboren war. Ja, und Sarah sagt eben, schick den doch weg. Abraham gefällt das gar nicht. In Vers 11, dieses Wort missfiel Abraham sehr um seines Sohnes willen. Also der mochte das nicht, den Gedanken. Und jetzt sagt Gott etwas zu Abraham. Er sagt dann hier, dass er die tatsächlich wegschicken soll. Dass er auf seine Frau hören soll. Was er dann hier sagt, da streiche ich das mal kurz. Dann markiere ich das, dann siehst du, wo wir gerade sind. Also im Vers 12. Höre in allem, was Sarah dir sagt, auf ihre Stimme. Denn in Isaak soll dir ein Same berufen werden. Wieder die Zusicherung. Isaak soll der versprochene Same sein. Vers 13. Doch ich will auch den Sohn der Magd zu einem Volk machen, weil er dein Same ist. Also hier ist Gott so lieb, kann man sagen, dass er auf Abraham eingeht. Auf das, was er in der Vergangenheit eigentlich aus Glaubensmangel gemacht hat. Dieses Kind bekommen. Gezeugt. Und sagt ihm, Mensch, er ist ja auch dein Sohn. Du hast ja eigentlich was Gutes im Kopf gehabt. Den mache ich auch zu einem großen Volk. Ja, und dann schickt er die hier weg. In Vers 14 steht Abraham früh am Morgen auf. Und schickt den Knaben fort. Vers 14 steht dann, und sie ging, also die Hagar, sie ging und irrte umher in der Wüste von Beersheba. Also, was haben wir bis hier? Ismail wird geboren. Ist aber nicht der verheißene Same, der Nachfahre. Deswegen, Abraham bekommt nochmal ein Update. Isaak wird geboren. Ismail macht irgendwas Schlimmes. Deswegen werden seine Mutter Hagar und Ismail fortgeschickt von Abraham. Und zwar irren sie dann her in der Wüste von Beersheba. Ja, was passiert da? Genau, Abraham gibt dir jetzt hier Brot und Wasser. Das hatten wir, ne? In Vers 15 ist es dann soweit, dass der Wasserschlauch aufgebraucht ist. Sie wirft den Knaben unter einem Strauch. Sie ging hin, setzte sich gegenüber einem Bogenschuss weit entfernt und sprach, ich kann das Sterben des Knaben nicht mit ansehen. Und sie saß ihm gegenüber, erhob ihre Stimme und weinte. Ja, also die irrt jetzt da in der Wüste Beersheba umher und findet halt nichts zu trinken. Denkt, sie müssen beide sterben. Und ja, sie setzt sich da hin und wartet eigentlich auf den Tod. Was jetzt aber passiert, ist halt wirklich interessant. Im Kapitel 21, Vers 19, der Engel Gottes spricht nämlich jetzt zu ihr und sagt zu ihr, Hör mal, wir passen schon auf dich auf. Gott hat hier mitbekommen, was mit dir los ist. Hat ja auch versprochen, sich um dich und den Knaben zu kümmern. Vers 19, und Gott öffnete ihr die Augen, dass sie einen Wasserbrunnen sah. Da gingen sie hin und füllten den Schlauch mit Wasser und gab dem Knaben zu trinken und so weiter. Und dann nehmen sie Wohnsitz in der Wüste und alles geht gut aus. Also was haben wir hier? Gott öffnet ihr die Augen und sie sieht einen Brunnen. Also sie war so fertig, die Frau, dass sie diesen Brunnen irgendwie nicht wahrgenommen hat. Wie auch immer. Also Gott öffnet ihr die Augen, sie sieht den Brunnen und damit ist sie gerettet. Was uns jetzt interessiert, das ist ja alles Vorgeschichte so gesehen zu dem, was nachher mit Abraham und Isaac ist. Was ist hier also passiert? Bis hierhin sehen wir, der erste Sohn Abrahams, der Ismael, Gott sichert ihm hier zu, dass er sich um diesen Sohn kümmern wird und er hält sein Versprechen auch. Also er rettet sie ja hier in der Wüste. Und ganz interessant auch, dieser Ismael wird tatsächlich zu einem Vorfahren eines großen Volkes. Das mal so geschichtlich reingeschoben. In 1. Mose 25 wird von Ismael gesagt, dass er als Nachkommen zwölf Fürsten hatte. Ganz interessant. So wie Jakob mit seinen zwölf Söhnen hatte jetzt auch der Ismael zwölf Söhne, zwölf Fürsten als Nachkommen gehabt. Und in einem Bibellexikon, der Laxam Bible Dictionary, da wird so ein bisschen auf die Geschichte nachher des Volkes von ihm eingegangen. Wie weit die reicht und was man da eigentlich von weiß. Und hier nur mal Auszugsweise. Da steht, der biblische Text und die Keilschriftchroniken der assyrischen und chaldeischen Könige verraten, dass sich die nomadischen Ismaeliten, das ist jetzt wichtig, also die Nachfahren Ismaels, in der geteilten Monarchie über die Maßen vermehrten. Geteilte Monarchie ist die Zeit nach David, Salomo, Rehabiam. Und da eben bei Rehabiam hat sich das Königreich Israel geteilt. Und da nach dieser Zeit, steht jetzt hier, weiß man aus Keilschriftdokumenten, dass sich diese ismailitischen Nomadenstämme sehr stark vermehrt haben. Sie füllten die syro-arabische Wüste und besiedelten die großen Oasen in ihr und kontrollierten den nordarabischen Weihrauchhandel. Dabei häuften sie Reichtum an und wurden so zur Zielscheibe für verschiedene mesopotamische Könige. Die Ismaeliten unter der Führung von Kedar in der transjordanischen Wüste wurden zu einer sehr mächtigen nomadischen Kraft, die weder die Assyrer, die Chaldeer, die Medo-Persier noch die Makedonier neutralisierten oder dauerhaft unterwerfen konnten. Also man sieht wirklich, bis nach Griechenland hinein in die Zeit, so ist jetzt hier einfach erstmal beschrieben, die Nachfahren Ismaels wurden zu einem mächtigen Volk. Die wurden gesegnet. Das kann man wirklich sagen. Also das hat sich erfüllt. Zurück zu der Situation damals. Weil, wir müssen mal eine Sache klären. Beersheba. Sie war in der Wüste Beersheba. Und der Name Beersheba kommt jetzt gleich nochmal vor. Und das ist ein bisschen merkwürdig, weil in der Passage, die jetzt folgt, passiert etwas, weshalb diese Region so genannt wird. Das heißt, das, was wir jetzt haben, also wir haben gesagt, Hagar irrte in der Wüste Beersheba umher, aber der Name, woher der Name Beersheba kommt, wird eigentlich jetzt erst erklärt. Jetzt passiert was, warum der Name so heißt. Und was war da? Also was passierte in diesen Versen danach, Vers 22 bis 31? Vers 31 steht nämlich, daher wird der Ort Beersheba genannt, weil sie dort, beide dort einander schworen. Was ist da? Abraham begegnet hier oder in dieser Region, wo Abraham sich niedergelassen hat. Da war halt in der Region, oder angrenzend dann der Abimelech, Herrscher und Herrführer. Und die hatten da halt alle auch ihre Herden. Und haben für ihre Herden da natürlich auch Wasserversorgung gebraucht. Und der Abraham kommt hier in einen Konflikt mit dem Abimelech und sagt, wir müssen uns jetzt mal endlich einigen, wegen dieses Brunnens, den ich gegraben habe. Du kriegst jetzt von mir halt ein paar Tiere und so. Und dafür machen wir jetzt aber einen Vertrag, dass der Brunnen mir gehört, dass der von uns genutzt werden darf. Dazu gibt er ihm halt sieben Lämmer. Und diese Lämmer sind sozusagen halt Vertragsgegenstanden mit, dass jetzt der Brunnen halt an Abraham geht, fest, also dass das jetzt besiegelt ist. Das haben wir in Vers 30, also Vers 29 lese ich mal mit. Da sprach Abimelech zu Abraham, was sollen die sieben Lämmer hier, die du beiseite gestellt hast? Er antwortete, du sollst sieben Lämmer von meiner Hand nehmen, damit sie ein Zeugnis für mich seien, dass ich diesen Brunnen gegraben habe. Daher wird der Ort Beersheba genannt, weil sie beide dort einander schworen. Okay, interessant. Was erfahren wir hier? Also der Ort wird Beersheba genannt. Das heißt übrigens sieben Brunnen oder sieben kann man auch mit Schwur übersetzen, Schwurbrunnen. Also da an dem Brunnen haben sie sich fast geschworen. Deswegen ist es der Schwurbrunnen. Also ab dann hieß der Brunnen so. Aber der war vorher schon von Abraham da gegraben worden. Den gab es da in der Region, in dieser Wüste. Abraham hat also einen Brunnen gegraben. Und ja, und das wird jetzt hier erklärt. Also darum ging es jetzt. Daher kam der Name Beersheba. Genau, und jetzt machen wir mal den. Ja, jetzt verbinden wir es einfach schon mal. Vielleicht hast du es auch jetzt selbst schon gemerkt. Also Hagar irrt in der Wüste umher, denkt sie muss verdursten. In der Wüste Beersheba, warum heißt die Wüste so, wird danach erklärt. Abraham hat da diesen Brunnen gegraben, später den Vertrag mit Abimelech gemacht oder zu dieser Zeit. Deswegen hieß die Wüste so. Das heißt aber, der Brunnen, auf den Gott sie hingewiesen hat, was jetzt fast logisch wäre, also aus meiner Ansicht, wie gesagt, wenn du es anders siehst, sag das gerne oder schreib es gerne rein. Aber was sich für mich hier für ein Bild zeigt, ist im Grunde genommen, Hagar denkt, sie muss sterben, ist in der Wüste. Gott rettet sie, indem er sie auf den Brunnen hinweist, der aber von Abraham, dem Vater ihres Kindes, schon früher gebaut wurde. Also Gott rettet Hagar und Ismael durch etwas, was der Vater von Ismael, Abraham, früher schon gemacht hat. Unwissenlich hat Abraham da also etwas gemacht, was seinen Sohn rettet, was Ismael rettet. Und Gott deichselt die ganze Geschichte so und führt das sozusagen zusammen, dass er sagt, okay, ich sag jetzt hier der Hagar, guck mal, da ist doch der Brunnen, damit kannst du überleben. Also deswegen Vermutung einfach mal, dass diese Sache mit dem Brunnen hier beschrieben ist, weil Abraham nach der Situation mit Hagar vielleicht zum Abimelech gegangen ist und das da erfahren hat. Also irgendwoher musste er jetzt auch wissen, was mit Hagar genau passiert ist, ist ja aufgeschrieben. Also er geht halt wegen dieser Verhandlungen zu Abimelech und er fährt, nicht nur von dem Brunnen, wo so einen Vertrag zu machen, sondern kriegt sozusagen auch mit, Moment mal, meine Sklavin und mein Sohn wurden durch den Brunnen gerettet, den ich gebaut habe und zwar dadurch, weil Gott sie darauf hingewiesen hat, der Engel. Also wie abgefahren. Zumindest, weil wir hier beide Sachen direkt aneinander haben, zeigt sich das so, dass der Brunnen, dieser Bau wird jetzt hier direkt danach erwähnt. Dass das Ganze hier, das klingt ja jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen zu abgefahren so, macht das Sinn oder keinen Sinn? Also kann das sein, dass die Bibel da wirklich Kapitel so aneinander reiht, um die Situation zu erklären? Für mich würde es direkt Sinn ergeben, aber vielleicht um dem nochmal einen draufzusetzen, um mal zu sagen, Moment, wie stark designt ist denn der Text hier? Wie genau ist der denn durchstrukturiert? Was finden wir denn da so? Da möchte ich mal so als Add-on was zitieren aus dem Bibelkommentar JPS Tora Commentary von Naum Sana. Da steht hier nochmal so als Add-on, nur um zu sagen, hier haben wir Design, hier sind Dinge absichtlich zusammengefügt in der Bibel. Da steht hier was zu Abrahams Pakt mit Abimelech. Zitat Schließlich liefert die Erzählung mit dem Brunnen und dem Vertrag eine volkstümliche Etymologie für den Namen Beersheba, also woher der Name kommt, und eine Erklärung für seinen Ursprung als Kultzentrum in Israel. Trotz des Mangels an Details ist die Komposition dieser Geschichte, wie die beiden vorherigen in diesem Kapitel, kunstvoll. Jeder der Namen der beiden Hauptfiguren, Abraham und Abimelech, kommt genau siebenmal vor. Es gibt sieben Lämmer, sowohl das Verb schwören als auch der Name Beersheba enthalten denselben hebräischen Wortstamm wie für das Wort sieben. Also man merkt, die Geschichte ist hier, diese Passage ist designt. Abraham siebenmal, Abimelech siebenmal, sieben Lämmer, schwören Wort sieben, Beersheba sieben. Und das nur mal so als kurzer Einwurf, damit du merkst, ja im Bibeltext, man kann ihn einfach lesen als Geschichte, das ist okay, aber das ist wie so Ebenen, die sich dann auftun, wenn man halt tiefer reingeht und dann plötzlich merkt, wie so eine Zwiebel. Also die Bibel hat Schichten, wo man dann wirklich noch tiefer reingehen kann und noch mehr merkt, wie krass das alles zusammenhängt. Und hier eben die Sache mit dem Brunnen, den Abraham gebaut hatte und Hagar wurde von Gott auf diesen Brunnen hingewiesen, wurde also von Gott und indirekt auch von Abraham da dann gerettet, der Sohn Ismael. Genau, noch ein Hinweis dazu, was Abraham da macht, der pflanzt dann eine Tamariske in Beersheba, also einen Baum und ruft da den Namen Jahwes an. Das steht hier in Vers 33 noch. Abraham aber pflanzt da eine Tamariske in Beersheba und rief dort den Namen des Herrn, des ewigen Gottes an. Also da nur eine Überlegung, da habe ich nicht so viel zu gefunden, aber eine relativ frische Sache, also zu Tamariske. Das ist hier dieser Link, den setze ich auch wieder rein zu, ja, da werden bestimmte, ich glaube, Pflanzen waren das, die in der Bibel vorkommen, werden da halt einfach mal erklärt. Ich habe hier teils diese Sache auf Deutsch wieder übersetzt, auszugsweise. Weil was ist jetzt mit einer Tamariske, was hat es damit auf sich mit diesem Baum? gibt ja heute auch Pflanzen, die für uns eine bestimmte kulturelle Bedeutung haben. Jetzt ohne, dass das Hokuspokus ist, aber eine Rose steht für Liebe. Also das weiß man einfach, ohne, dass das jetzt irgendwie was Heidnisches ist. Aber Pflanzen können eine kulturelle Bedeutung haben. Und da halt die Frage, gab es da sowas? Warum pflanzt er die Tamariske? Also, wenn man da reinguckt in diese antike Zeit, in der Region steht hier in dem Artikel, zu dieser Zeit wurden die Tamarisken als dekorative Elemente bei Eiden, Reinigungen und Weissagungen verwendet. Okay, also, ne? Dekoratives Element bei einem Eid, die haben sich hier einen Schwur gegeben, wird also passen, Tamariske, Weismann kommt im historischen Kontext davor. Genau, und dann hier unten noch der eine Satz, kürzlich, also wird ja auch weiter geforscht, kürzlich wurden in der Hamriya-Gegend von Scharia, Vereinigte Arabische Emirate, alte Tamarisken-Aphila-Bäume als schützenswerten, als Bindeglied zwischen den alten und neuen Generationen anerkannt. Also, da ist halt noch so ein bisschen die Frage, ja, war das zur Zeit Abrahams auch der Fall, dass Tamarisken kulturell halt vielleicht für Spüre wichtig waren, oder auch, wie es hier steht, als etwas, sehr interessant, dass es hier vorkommt, als Bindeglied zwischen der alten und neuen Generation. Also, war das etwas, wo Abraham diese Tamariske gepflanzt hat, weil er da erfahren hat, dass an diesem Brunnen, Beersheba, dass da Ismael gerettet wurde, sein Sohn, durch seinen Brunnen, wo Gott Hagar darauf hingewiesen hat. Also, ist das vielleicht der Hintergrund dieser Tamariske, die hier erwähnt wird. Okay, zurück zu den anderen Notizen, die ich jetzt gerade zugemacht habe. Einen Moment. Na, machen wir es anders. So, klicken wir hier drauf. Ja. Genau. Also, hier hat Abraham das unter Umständen erfahren, wie Ismael gerettet wurde. So oder so hat sich die Sache erfüllt, die Jahwe dem Abraham prophezeit hat in Bezug auf Ismael. Er hat sich um seinen Sohn gekümmert. Abraham hat es irgendwie erfahren und so wie es aussieht, naheliegend wäre es, dass Ismael sogar durch etwas gerettet wurde, was Abraham selbst mal gemacht hat, nämlich diesen Brunnen, den er da gebaut hatte. Also, von daher wäre das eine super liebevolle Art und Weise, das Kind Abrahams da eben auch zu beschützen, diesen Sohn. Übrigens, was noch ein zusätzliches Happy End ist, auch wegen der Hagar, das wird dann hier auch noch gesagt, dass die Hagar dem Ismael eine Frau nimmt aus dem Land Ägypten. Das ist eigentlich ganz schön, so ein bisschen mal da auch noch kurz drüber zu sprechen. Die Hagar, diese Sklavin, was war das für eine Sklavin? Das war eine ägyptische Sklavin, die jetzt natürlich eine freie Frau war. Sie war keine Sklavin mehr und sie sucht ihrem Sohn eine Frau aus dem Land Ägypten. Was merkt man? Hagar hat, auch wenn sie da woanders jetzt wohnten, aber hat wieder Kontakt zu ihrer alten Heimat gehabt. Und auch das ist doch ein total schöner, kleiner Nebensatz hier noch, wo man merkt, so Happy End im Grunde genommen wirklich, dass Ismael gerettet wurde. Ismael wurde zu einer großen Nation, wie es vorher gesagt wurde. Gott hat sich um die beiden gekümmert und Hagar hat sogar Kontakt zu ihrem Heimatland wieder haben dürfen und als freie Frau. Sie war keine Sklavin mehr, war freigelassen. Das Wort in der Bibel sagt das auch aus. Das war das Vorspiel oder das waren die Dinge, die passiert sind, bevor wir jetzt zu der Situation kommen, was Isaaks Rettung angeht. Also da möchten wir uns jetzt ein bisschen genauer mit beschäftigen beschäftigen und ja, da möchten wir uns erstmal einen Vers vornehmen. Also das Ganze finden wir in Genesis Kapitel 22, 1. Mose 22. Ich lese mal die ersten zwei, drei Verse. Da steht, und es geschah nach diesen Begebenheiten, da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm Abraham und er antwortete, hier bin ich und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moriah und bringe ihn dort zum Brandopfer da, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. So, und jetzt ist das so, der Abraham packt da jetzt die Sachen zusammen und früh am Morgen nimmt er sich einen Esel und nimmt das Holz und noch zwei Diener mit und sagt denen halt Bescheid, so, wir ziehen jetzt los und dann gehen die halt erst mal drei Tage in Wüstenregionen diese Region hinein, Moriah, die ihn da genannt wurde und ja, und am dritten Tag ist es jetzt so, dass der Abraham den Berg sieht von weitem und dass er jetzt den Knechten was sagt und das ist jetzt wichtig für uns, um in Abrahams Kopf rein zu gucken, was da in ihm stattgefunden hat. Was sagt der Abraham da in Vers 4 Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne. Da sprach Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich aber und der Knabe wollen dort hingehen und anbeten und dann wollen wir wieder zu euch kommen. Also erster Hinweis den wir hier haben, Abraham sagt, wir kommen zurück. Also Abraham denkt, könnte man jetzt erstmal davon ausgehen, denkt also, nee, wir werden beide zurückkommen. Ich werde Isaac nicht, der wird nicht sterben, der wird nicht irgendwie da oben liegen bleiben und so und ich komme alleine zurück. Nee, wir werden zurück hier. Das gleiche finden wir in Vers 7 und 8. Da gehen sie jetzt nämlich auf den Hügel hoch oder den Berg hoch, der Abraham und sein Sohn. Und der Isaac fragt jetzt nach, in Vers 7, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Lamm zum Brandopfer? Und Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird für ein Lamm zum Brandopfer sorgen. Und sie gingen beide miteinander. Also auch hier an dieser Stelle verweist Abraham darauf, dass Gott für das Lamm, das Tier, für das Ganzbrandopfer da, dass Gott dafür sorgen wird. Also das erstmal die ersten beiden Hinweisen, die wir hier haben, dass Abraham sich sicher ist, nee, mein Sohn wird nicht sein Leben verlieren. Okay, jetzt widmen wir uns mal hier, bleiben mal ganz kurz stehen, wir hatten jetzt hier das Wort Sorgen gehabt, Gott wird für das Lamm zum Brandopfer sorgen. Und dieses Wort hier ist total präsent. Ich klicke mal da drauf, gucken wir mal, sieht man das? Ja, ich muss mal die anderen Notizen ausmachen. Also wenn du jetzt hier nur auf Audio bist, versuche ich dir zu erklären, was ich hier gerade mache. Ich mache mal meine Notizen weg, was ich hier unterstrichen habe. Ich habe hier eine Einstellung in der Software. Wenn ich hier auf das Wort klicke, Sorgen, mache ich jetzt noch mal, dann unterstreicht das Programm hier automatisch für mich die anderen Texte in den anderen Versen die Wörter, die die gleiche Wortwurzel haben. Was haben wir hier unten? dieses Wort Hebräisch das Wort Yireh hier im Wörterbuch H7200 und das kommt eigentlich von dem Wort Ra'a was Sehen bedeutet. Also Sorgen kann hier eigentlich übersetzt werden auch mit Sehen. Jetzt gucken wir mal, wo das Wort überall vorkommt. Ich scroll hier mal ein bisschen zurück. Also zum einen wo kommt es vor? Das wäre jetzt eine ganze Ecke zurück. Die Haga als die da in der Wüste saß und denkt sie muss verdursten steht in Vers 19 und Gott öffnete ihr die Augen dass sie einen Wasserbrunnen sah dieses Wort Ra'a also dieser Stamm sie sah den Wasserbrunnen okay da taucht das auf also Haga sieht etwas weil Gott ihr das zeigt dann sind wir jetzt in Kapitel 22 Gott sagt geh in das Land Moria okay das Land Moria ist hier unterstrichen warum Moria kann übersetzt werden gibt es unterschiedliche Übersetzungen aber eine die sehr gut möglich ist heißt von Jahwe gesehen also so wie der Brunnen vorher den die Haga auch gesehen hat wird jetzt der Abraham in das Land Moria in das Land von Jahwe gesehen geschickt und ihm wird gesagt warte bis er da bei dem Berg ist bis den ich dir nennen werde am dritten Tag was haben wir da wieder sieht er sah den Ort von Ferne wieder Ra das gleiche also da sieht Abraham jetzt was dann haben wir hier den Text den wir gerade hatten Gott wird das Lamm für das Brandopfer besorgen eigentlich Gott wird das Lamm für das Brandopfer Ra sehen also gleicher Wortstamm hier wieder unten sorgen er wird das sehen das Lamm dann die Sache als nachher Isaak oben ist und Abraham auch und er da schon liegt und Abraham hat Messer in der Hand und so dann steht da also Gott interveniert und sagt dann halt so töten den Jungen nicht dreh dich mal um da ist doch sich um und Ra schaute also so wie die Hager hat sie vorher eigentlich nicht gesehen jetzt macht der Abraham das auch komischerweise hat sie einen Brunnen übersehen und komischerweise hat er einen Widder übersehen der im Gebüsch fest hing also er dreht sich um Gott zeigt ihm dass Abraham sieht es da haben wir das Wort wieder und dann ganz präsent jetzt Abraham gibt dem Ort einen Namen er nennt den Ort der Herr wird es sehen der Herr wird dafür sorgen also das gleiche die gleiche Wortwurzel kommt hier zumindest wieder vor also der Herr wird dafür sorgen haben wir hier unten wieder aber es kommt von dem gleichen Stamm Wort sehen ja also Abraham benennt den Ort Yahweh wird dafür sorgen Vers 14 verweist übrigens darauf dass der Bibelbericht hier ein bisschen später zusammengetragen wurde da steht und Abraham nannte den Ort Yahweh oder der Herr wird dafür sorgen oder eben sehen so dass man noch heute sagt auf dem Berg wird Yahweh dafür sorgen also da merkt man da ist irgendeine Zeit Differenz dazwischen gewesen manche sagen das ist zur Zeit Babylons erst zusammengefasst worden die Schriften von einem Editor so gesehen jemand der es noch mal editiert hat manche sagen es ist noch länger her spielt jetzt hier eigentlich nicht so die Rolle wichtig ist eben dass dieses ganze Sehen hier eine große Rolle spielt das im Grunde genommen ja dass das Wort hier so präsent ist und so wie bei der Hagar eine Intervention Gottes dafür gesorgt hat dass Hagar auch das gesehen hat was eh schon als Lösung da war so war jetzt auch beim Abraham hier dass dieses ganze Sehen Yahweh hat es eh schon gesehen aber durch die Intervention hat dann sozusagen Yahweh auch ja die Lösung gesehen was sollte jetzt eigentlich geopfert werden welches Tier sollte geopfert werden also das hat er ja alles gesehen ja dieses Wort der Herr wird dafür sorgen genau oder die Region da nochmal vielleicht auch noch so ein Nebeneffekt jetzt oder Nebenpunkt warum das wichtig ist jetzt aus theologischer Sicht warum das für einen Christen vielleicht bedeutend ist wenn wir uns hier rein vertiefen in diese ganzen Details da haben wir hier den Punkt das war ja wie hieß es im Vers 2 wurde Abraham gesagt geh in das Land Moria in Chronik Kapitel 3 Vers 1 erfahren war dass der Berg auf dem der Tempel nachher stand der wird auch als Moria bezeichnet also er bekommt auch diesen Namen da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten es wird wohl nicht der gleiche Berg gewesen sein aber es wird trotzdem dieser Bezug hergestellt zwischen diesen beiden Namen weil Yahweh wird es sehen also das ist diese Bezeichnung dann des Berges Moria Yahweh sieht und Abraham hat also seinen Sohn oder diesen Glaubensbeweis dargebracht auf einem Berg Moria und nachher der Tempel wo auch die Opfer dargebracht wurden das war eben dann auch der Berg Moria wird so bezeichnet also da merken wir diesen theologischen Zusammenhang zwischen diesen beiden Punkten wie wichtig da auch das Ereignis Abrahams ist was das eigentlich für eine Vorschattung ist und wie sich das dann auf den Glauben der Israeliten ausgewirkt hat also wir haben untersucht das ist das gleiche Wortstamm sehen und sorgen das ist sehr präsent und man merkt hier okay im Grunde genommen hat Jahwe hier für das Opfer gesorgt oder er wusste schon direkt so ja ich sehe was auf den Abraham dazu kommt trotzdem haben wir jetzt noch nicht so richtig geklärt ja wie ist das mit dem überhaupt dem Start des Ganzen also dass er diese Forderung hier an Abraham gestellt hat dieser Test dieses auf die Probe stellen gibt es da noch Dinge die für uns jetzt wichtig sind um die ganze Sache hier einzuordnen und dann bringen wir es nochmal in Reihe und Glied also Genesis 22 haben wir gelesen da prüfte Gott den Abraham und sprach zu ihm er testete Abraham also Frage hat Gott Abraham hat Abraham hier mittlerweile verstanden dass Gott seine Familie definitiv schützt müsste ihm eigentlich klar sein deswegen denken wir daran in dem Kapitel vorher wird beschrieben wie der Sohn Ismail wie Abrahams Sohn gerettet wird und das war der Sohn der gar nicht von Yahweh geplant war also wenn schon der Sohn der nicht von Yahweh eingeplant war Ismail wenn der schon von Gott beschützt wird und zu einer großen nation gemacht wird und da wird das versprechen gehalten wie viel logischer muss es für Abraham gewesen sein dass erst recht der Sohn Isaac der ja von Gott geplant war für diese Verheißung für diesen Bund dass der auch beschützt wird und dass der auf keinen Fall sterben wird also Abraham hat gerade sozusagen erlebt dass sein anderer Sohn von Gott gerettet wird der nicht gewollte Sohn in Anführungszeichen wie viel logischer muss es für Abraham sein dass er sagt hier so es kann nicht sein dass Ismail sterben wird also irgendwas wird passieren nimmt nachher sogar der Hebräer drauf Bezug kommen wir auch noch mal kurz hin also das so die erste Sache Mindset vom Abraham was muss dem durch den Kopf gegangen sein er hat die Rettung eines Sohnes schon längst erlebt er weiß dass Gott seine Söhne beschützt so ganz abgesehen von den anderen Sachen wo sie beschützt wurden aber da er hat wirklich erlebt wie ein Kind von ihm gerettet wurde durch etwas was er nie gedacht hätte vielleicht also durch diesen Brunnen so dass die da auf den Brunnen dann eben geführt wurden da drauf gestoßen sind und Gott ihnen das gezeigt hat hat Abraham vielleicht überhaupt nicht mit gerechnet ja wie ist das jetzt mit der Thematik Kinderopfer jetzt ist ja trotzdem hier die Aussage nimm deinen Sohn bring ihn zum Moria bring ihn zum Brandopfer da auf dem Berg wenn man jetzt Bibelleser war im alten Israel man hat jetzt hier die Tora in der Hand gehabt und so dann kannte man natürlich auch die Gesetze weil das was wir jetzt hier haben ist ja eigentlich eine Einleitung die zu den ganzen Gesetzen Israels führt und dann nehmen wir uns jetzt mal einen Text raus der relativ klar zeigt wie Gott zu Kinderopfern steht also 5. Mose Kapitel 12 Vers 31 das steht jetzt eben in den Gesetzen die Israel gegeben sind du sollst dem Herrn dein Gott nicht auf diese Weise dienen denn alles was ein Gräuel ist für Jahwe was er hasst haben sie die anderen Nationen für ihre Götter getan ja sogar ihre Söhne und ihre Töchter haben sie für ihre Götter im Feuer verbrannt also hier steht ganz klar drin an die Israeliten ihr sollt eure Kinder nicht verbrennen also nicht so dienen wie die anderen die haben sogar ihre Kinder verbrannt das ist ein Gräuel für Jahwe das findet er schrecklich steht im Gesetz hier knallhart drin also Kinderopfer kann Gott nicht gewollt haben gucken wir uns nochmal einen anderen Text an Jeremia Kapitel 19 Vers 5 da werden auch andere Nationen angeklagt von dem Propheten Jeremia oder Jahwe sagt das hier selbst sie haben auch die Höhen des Baal gebaut um ihre Kinder dem Baal als Brandopfer mit Feuer zu verbrennen was ich nicht geboten und wovon ich nichts gesagt und was mir nie in den Sinn gekommen ist also hier sagt Jahwe so die anderen haben ihre Kinder im Feuer verbrannt und er sagt jetzt ich habe es nicht geboten ich habe davon nichts gesagt und das ist mir nicht in Sinn gekommen jetzt müsste man hier aber einwählen so hä aber bei Abraham gab es das doch da gab es doch diese Situation also zumindest bin ich jetzt hier noch mal so hängen geblieben an dem Text und da wäre jetzt mal interessant jemand der halt wirklich folgendes also wenn man jetzt mal schaut sie haben ihre Kinder den Baal als Brandopfer hier unten hebräisch Ola als Brandopfer mit Feuer verbrannt da steht hier unten das Wort Seroth also Ola Seroth das haben sie gemacht verbrennen als ganz Brandopfer Seroth Ola das haben die anderen gemacht und da sagt jetzt Yahweh das habe ich nicht geboten und jetzt gucken wir mal beim Text in Genesis 22 also bei Abraham was hat er jetzt da geboten also gehen wir hier nochmal zurück da sagt er nimm doch deinen Sohn deinen einzigen den du liebst Isaak und geh in das Land Moria und Brandopfer haben wir hier auch Ola und dann steht hier bringe ihn dort zum Brandopfer steht nicht verbrenne ihn als Brandopfer hier steht nämlich nicht dieses Seroth sondern hier steht Haale ein anderes Wort also es steht nicht nochmal Seroth verbrenne als Brandopfer sondern hier steht bringe ihn dort zum Brandopfer steht hier im Hebräischen und bringe ihn dort zum Brandopfer und dieses Wort was jetzt hier bei Abraham verwendet wird also ein Brandopfer bringen dieses Haale oder wie auch immer man das ausspricht ich weiß immer nicht die Aussprache so genau kann man jetzt im Lexikon nachgucken was das denn bedeutet das Wort und das wird ganz unterschiedlich verwendet also in der großen Vielfalt zum Beispiel auch einfach aufsteigen hochsteigen bringen zwar auch verbrennen hochtragen hochklettern kommen schneiden abschneiden also alles mögliche wird hier genommen und da habe ich mich jetzt gefragt würde das Sinn ergeben dass Gott hier zum Abraham gesagt hat bringe deinen Sohn zum Brandopfer jetzt ist hier im hebräischen also im deutschen Text ist ja eingefügt bringe ihn dort zum Brandopfer da also da bringen heißt dann als Brandopfer also das würden wir jetzt denken beim Lesen ja verbrennen den aber wenn im hebräischen das gleiche die gleichen Wörter auch zulassen würden bringe ihn dort zum Brandopfer sozusagen mit oder hoch also bringe ihn hoch zum Brandopfer kann dann Jahwe guten Gewissens sagen in Jeremia ich habe doch nie gefordert dass ihr Kinder verbrennen sollt in Klammern und bei Abraham habe ich gefordert dass er seinen Sohn zum Brandopfer bringen soll aber ich wollte nicht dass er ihn tötet also wäre mal interessant wenn jetzt jemand wirklich irgendwie der altebräische Experte ist oder das kennt kann das sein dass das so gemeint ist also von den Wörtern die ich hier sozusagen jetzt hier mal aufgezeigt habe steckt diese Bedeutung ist die möglich vermute ich aber ich habe es halt nirgendwo so gefunden oder gelesen deswegen würde es mich mal interessieren aber warum würde das passen also was muss Abraham vielleicht im Kopf gehabt haben wenn ihm gesagt wird er soll zu einem Berg gehen und da soll er Isaak oder das Brandopfer darbringen was was hat er da vielleicht im Kopf gehabt und da gehe ich mal hier weit runter zu den anderen Aussagen die ich mir noch hingeschrieben habe genau also versuchen wir es nochmal zu rekapitulieren in Genesis Kapitel 17 sagt Gott dass er seinen Bund mit Isaak aufrichten wird Genesis Kapitel 17 Vers 19 da steht nein sondern Sarah deine Frau soll dir einen Sohn gebären den sollst du Isaak nennen denn ich will mit ihm einen Bund aufrichten als einen ewigen Bund für seinen Samen nach ihm Vers 21 Bund aber will ich mit Isaak aufrichten also was wusste Abraham Abraham wusste Yahweh möchte mit Isaak einen Bund aufrichten das hat er ihm angekündigt ich möchte mit dem noch einen Bund aufrichten jetzt die Frage wann war denn die letzte Bundesschließung die sozusagen für Abraham rückblickend wichtig gewesen ist wenn wir im Bibelbericht gucken war das bei Noah nachdem Noah mit seiner Familie aus der Arche raus ist ja da haben sie einen Bund geschlossen Genesis Kapitel 8 Vers 20 da steht Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allen Reihen Vieh und von allen Reihen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar und da schließt hier sogar Überschrift Gottes Bund Gott mit Noah einen Bund für seine Nachkommen und die ganze Erde also die letzte Situation an die sich Abraham sozusagen erinnern konnte wo ein wichtiger Bund geschlossen wurde von Gott mit Menschen war mit Noah auf einem Berg nämlich Gebirge Ararat wo sie Brandopfer dargebracht haben aber keine Menschenopfer also da wurde kein Mensch geopfert da wurden Tiere geopfert jetzt sagt Jahwe zu Abraham Abraham bitte geh in das Land Moriah geh da auf einen Berg den ich dir zeigen werde und bring da ein Opfer da und eben diese Sache mit dem Hebräischen bring Isaac mit Abraham hat nachher ein Messer in Hand genommen okay wie gesagt das will ich nicht ausklammern also das haben wir auch in der Bibel in Hebräer Brief dass Abraham im Grunde genommen bereit gewesen wäre auch Isaac zu töten sieht eben alles danach auch aus und auch Isaac war bereit dazu weil Isaac hat sich nicht gewehrt er hat das ganze Feuerholz geschleppt und so weiter also der muss schon stark genug gewesen sein er hätte auch weglaufen können und so sagt die Bibel gar nichts von also sowohl Abraham als auch Isaac sind da wahrscheinlich mit dem wäre jetzt für mich jedenfalls logisch zu sagen der letzte Bund wichtige der mit Menschen geschlossen wurde für die Menschheit war auf einem Berg Ararat da wurden Tiere geopfert nicht Menschen da war Noah dabei gewesen da haben sie ein Altar gebaut und so weiter ok und jetzt ruft Yahweh mich Abraham und Isaac den soll ich mitnehmen auf einen Berg in der Gegend die heißt Yahweh sieht also Moriah Yahweh sieht und da soll ich auf einen Berg gehen einen Altar bauen und ein Opfer darbringen und Abraham sagt die ganze Zeit zu seinen Dienern ich komme zu zweit zurück also wir kommen beide wieder zurück und er sagt zum Isaac für das Opfer da wird sich Gott drum kümmern so also du merkst was ich hier meine so mit diesem was war das Mindset von Abraham was hat er halt geglaubt wie weit ging sein Glaube er wusste aus seinen Erlebnissen dass alles was Yahweh getan hat seinen anderen Sohn zu retten und der ganze Schutz vorher dass das alles immer zum Guten seiner Familie ausgegangen ist und zwar mit Kehrtwendungen mit denen Abraham nie gerechnet hat also mit diesem Mindset mit dieser Erkenntnis über seinen Gott ist Abraham auf diesen Weg gegangen Der Hebräerbrief sagt dazu oder der Schreiber des Hebräerbriefs in Hebräer Kapitel 11 Vers 19 da steht hier über Abraham er zählte darauf dass Gott imstande ist auch aus den Toten aufzuerwecken weshalb er ihn auch als ein Gleichnis wieder erhielt also der Schreiber des Hebräerbriefs der hat es auch so interpretiert dass er sagte Abraham wusste der Isaak er wird nicht sein Leben verlieren das war Abraham klar sonnenklar übrigens war auch Menschenopfer also Menschen zu töten wusste Abraham eigentlich auch dass Yahweh das verboten hatte nach der Flut in Genesis Kapitel 9 Vers 6 da wo auch der Bund mit Noah geschlossen wurde dieser letzte wichtige Bund vor Abraham er sagt Yahweh wer Menschen Blut vergießt dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht also Yahweh sagt zu Noah Menschen töten ist nicht richtig also noch ein Punkt bei den ganzen Überlegungen die Abraham im Kopf gehabt haben muss weswegen er auch auf diese Reise gegangen ist es kann man vielleicht noch ein wenn ja wurde er da nicht hingezwungen von Gott war das nicht ein Muss dass er geht wenn man da schaut Bibel Lexikon was ich vorhin schon mal zitiert hatte zu Genesis Kapitel 22 Vers 2 ich schlage sie nochmal auf Genesis 22 Vers 2 da spricht Yahweh und hat gesagt nimm doch deinen Sohn deinen einzigen den du lieb hast Isaac und geh hin in das Land Moriah dieses hebräische nimm doch nimm doch deinen Sohn da sagt der Bibel Kommentar das hebräische fügt dem Imperativ also dem Befehlswort das Partizip nah hinzu wenn du hier Video guckst da unten siehst du das nah auf hebräisch das hebräische fügt dem Imperativ das Partizip nah hinzu was normalerweise den Befehl zu einer Bitte abschwächt wie in Sanhedrin 39b Genesis Rabbah 55 Vers 7 und Rashis Kommentar vermerkt also von Rabbinern sind das glaube ich ne Abraham hat die absolute Freiheit der Wahl sollte er sich weigern würde er keine Schuld auf sich laden also das ist eine Bitte das ist kein Befehl er bittet ihn dahin zu gehen Yahweh bittet Abraham dahin zu gehen und das zu machen er befiehlt es nicht Abraham macht es aber warum macht er das ja wie gesagt er wusste mit Isaak soll noch ein Bund geschlossen werden und der letzte Bund war auf einem Berg mit einem Opfer bei Noah und so weiter er weiß wie das funktioniert also denkt er sich krass da wird jetzt irgendwie Yahweh meinen Sohn berufen also das wäre für mich würde sich das jedenfalls da erschließen dass das der Grund war ja was haben wir hier noch habe ich irgendwelche wichtigen Kommentare gerade überschlagen ja das lese ich auch noch mal vor das erste Mal als Moses im Land Haran Moses als Abraham im Land Haran sozusagen von Yahweh berufen wird also da wo er noch in babylonischen Ecke war und Abraham wird berufen da geht es jetzt noch mal drum das war in Haran also oder zwischen Haran und Moriah Haran war das ne er war im Land Ur und dann ist er nach Haran gezogen so falsch im Land Ur wurde er berufen aber im Land Haran hat Gott mit ihm gesprochen so der Bibelkommentar sagt dazu folgendes diese Korrespondenz zwischen Haran und Moriah da gibt es nämlich Parallelen um die geht es jetzt also was hat Gott dem Abraham in Haran gesagt und was sagt er jetzt ihm gerade hier in der Situation mit Isaac diese Korrespondenz zwischen Haran und Moriah bettet die Biografie Abrahams in einen Rahmen des unerschütterlichen Glaubens ein der zusätzlichen Betonung sind die beiden entscheidenden Ereignisse in eine gemeinsame literarische Form gegossen sodass die Kapitel 12 und 22 viele Verbindungen aufweisen der erste Ruf Gottes wird mit der Erklärung eingeleitet geh hinaus in das Land das ich dir zeigen werde und sein letzter also jetzt hier mit Isaac verwendet fast identische Sprache geh hinaus in das Land Moriah auf eine der Höhen die ich dir zeigen werde die hebräische Phrase leg lekar geh hinaus kommt in der Bibel nicht mehr vor eine Tatsache die die bewusste und bedeutungsvolle Natur seiner Verwendung in diesen beiden Passagen unterstreicht also hier wieder Design das Wort kommt nicht mehr vor dieses G hinaus hier wird etwas über Abraham in so eine große Geschichte gegossen in seine Glaubensgeschichte in beiden Fällen wird das genaue Ziel der Reise verschwiegen und in beiden wird die Spannung des Dramas durch die kumulative Wirkung mehrerer hebräischer Epitheter erhöht von denen das Letzte das Stärkste ist was ist damit gemeint also in Haran sagte Gott zu ihm Zitat dein Land deine Heimat deines Vaters Haus ist eine Steigerung dein Land hängt das Herz dran deine Heimat hängt das Herz viel mehr dran deines Vaters Haus da hängt das Herz so richtig doll dran Steigerung Ausdrucksweise bei Haran jetzt bei Isaak Zitat dein Sohn dein Geliebter Isaak den du liebst beide Episoden kumulieren in Verheißung einer glorreichen Nachkommenschaft wobei die zweite auffällige verbale Anklänge an die erste enthält der eine Segen wurde bei der Terebinte von Mori empfangen der andere auf dem ähnlich klingenden Moria und an beiden Orten so heißt es baute Abraham dort ein Altar also da merkt man auch wieder diese Sachen in der Bibel wie krass das so zusammenhängt von Ausdrucksweisen wo sich etwas auf was anderes bezieht um hier diese große Glaubensgeschichte Abrahams abzubilden so noch mal kurz zusammengefasst was wir bis jetzt hatten wieder eine Stunde rum also was merkt man habe mir ein paar Punkte noch notiert an der Situation von Ismael haben wir gemerkt oder auch den Aussagen in 5. Mose und Jeremia dass Jahwe niemals den Tod Isaaks im Auge hatte also das war nie der Plan Jahwe gewesen ein Kind zu töten oder einen jungen Mann zu töten 2. das Erlebnis hat bestätigt also mit Ismael dass Jahwe seine Bündnisse umsetzt und im Voraus die Lösungen kennt auch wenn die für einen selbst nicht unbedingt sichtbar sind wie bei Hagar der Brunnen den hat sie nicht gesehen Jahwe hat darauf hingewiesen und eben gerettet sein Versprechen eingehalten 3. Punkt Abraham war daher auch sicher dass Isaaks Leben nicht beendet würde sondern wie bei Ismael geschützt war nämlich wenn schon der nicht geplante Ismael geschützt wurde wie viel mehr dann der geplante und vorausgesagte Isaak so dann hat man die Sache in Genesis Kapitel 17 Gott sagt dass er seinen Bund mit Isaak aufrichten wird Abraham wird jetzt zu einem Berg gerufen und wusste dass dieser Bund noch mit Isaak geschlossen werden soll es wäre also logisch anzunehmen dass Abraham diese Bundesschließung jetzt erwartete bei Noah war dieser wichtige Bund den Abraham dann bestimmt kannte zum Schutz der ganzen Menschheit geschlossen worden dem gegen Tieropfer mit einher und das war auf einem Berg also alles parallelen zu dem was hier passierte ja es war nie von Menschenopfern die Rede und Isaak muss die ganze Situation wohl ähnlich eingeschätzt haben weil er allem zugestimmt hat der hat sich nicht gewehrt wird hier in keinster Weise erwähnt also was merken war nicht blinder Glaube was oft dann vorgeworfen wird in dieser ganzen Sache nicht blinder Glaube Glaube sondern eine tiefe Bindung zu Gott war hier ausschlaggebend also das war nicht blind sondern Abraham hat das Wesen und die Persönlichkeit Gottes gekannt kennengelernt durch viele Ereignisse und völlig korrekt eingeschätzt auch wenn er es vielleicht nicht ganz richtig verstanden hat mit diesem bring Isaak zum Brandopfer wie gesagt wäre interessant ob es hebräisch halt auch das die Lösung ist wusste er aber dass Gott auf keinen Fall dafür sorgen würden dass Isaak das Leben verliert also er wusste das kann nicht der Plan sein und Isaak war das auch klar das heißt also wenn Gott einen Auftrag gibt dann sieht er auch Lösungen voraus wie die Aufgabe für dich und für mich zu bewältigen ist das sind so Dinge die man hier eigentlich in dieser ganzen Begebenheit sehr sehr deutlich sieht und es gibt noch andere Aspekte also könnte man noch einbeziehen dass halt die Sache wenn Abraham da an dieser Position vielleicht sogar Gott selbst repräsentiert hat dann wie gesagt gibt es noch mehr wenn ihr Lust habt schreibt einfach da in den Kommentaren unten drunter was euch noch so dazu einfällt das waren jetzt einfach mal für mich so die wichtigsten Punkte wo ich denke das erklärt die Situation dass man zwar schnell hier angreifen kann und kritisch sein kann und sagen kann ja was denn das für ein Gott der Kindermord fördert oder so aber wir merken nee das ist das hält nicht stand einer Prüfung die ganzen Argumente zeigen eigentlich ein ganz anderes Bild aber dafür muss man sich ein bisschen Zeit nehmen und sich in den Text etwas reinknien ich hoffe das hat funktioniert dass du dem folgen konntest dass es nicht zu viel hin und her war war ein bisschen schwierig auch wieder das so in Reihe und Glied zu bringen aber ich hoffe das hat Sinn ergeben würde mich freuen wenn wie gesagt reinschreibst was du dazu denkst falls dich solche Videos hier interessieren lass gerne ein Abo da falls du noch keins dagelassen hast und ansonsten wünsche ich dir beim Nachprüfen und beim Selberforschen erstmal ganz viel Freude Segen Spaß und freue mich auf jeden Fall auf das nächste Video wenn wir uns dann wieder sehen bis dahin Bis zum nächsten Untertitelung des ZDF, 2020